Mein Name ist Sascha. Unter dem Pseudonym Pfandleiher baute ich einen Online-Drogenversandhandel auf und schaffte es bis ganz nach oben in die Drogen. Lange Zeit blieb der Polizei mein internationales Drogen-Startup verborgen, bis ich einen entscheidenden Fehler machte. Hallo Sascha. Rebel möchte von dir wissen, wie verkauft man... Warum guckt er schon wie so ein arroganter Wichser eigentlich? Er guckt halt wirklich wie ein Krimineller, ne? Was für kriminell. Was? Er guckt halt wie ein Krimineller, oder? Ja, ein bisschen schon, ja. Irgendwie voll, Alter. Er guckt halt wie so ein Kriminologe, ey. Zum Glück ist kein Geruch Twitch. Oh, den hätte ich euch gegönnt, der riecht nämlich nach Sour Cream and Onion. Bogen im Darknet. Also ich habe mich damals mit dem Tor-Browser ins Darknet eingeloggt, der verborgene Teil des Internets. Übrigens, mein Tipp, holt euch den Tor-Browser. Alle. Gut. Ich habe mir ein Marketplace gesucht, in dem Fall Silk Road. Habe mein Profil für 150 Dollar abgegradet. Wie stand dann, Alter? Silk Road. Und habe mir dann noch etwas Material besorgt und habe dieses dann verkauft. Ja, nice. Gabriel XX fragt sich, welche Drogen hast du verkauft? Also in erster Linie waren es MDMA-Kristalle. Da weiß man, dass das Feedback einfach immer super ist. Es waren ungefähr 80 Prozent. Cushy! Und dann hat sich Kokain irgendwann eingeschlichen, weil ich einfach den Markt übernehmen wollte. Ich wurde aber schon davor gewarnt, sobald du Kokain verkaufst, kriegst du schlechte Bewertungen, weil irgendjemand meckert immer am Koks. Und so war es dann auch. Etwas Hasch und Weed war noch dabei. Und womit ich aber angefangen habe, war eigentlich aus fremden MDMA eigene Exzacy-Tabletten zu pressen. Und dafür habe ich mir einfach einen TDP-5 aus London bestellt. Etwas Cellulose, etwas Farbe und habe dann mit zweieinhalbtausend Teile die Stunde gepresst. Ja, Wahnsinn. Aber Thema Koks, ne? Ich habe, das ist jetzt vor ein paar Tagen erst, die haben im Hamburger Hafen, haben die mehrere Container aus Mittel- oder Südafrika in Empfang genommen. 16 Tonnen Kokain. Fucking 16 Tonnen. Die reden da von einem Straßenmarktwert. Von Milliarden einfach. 16 fucking Tonnen Koks, Alter. Bruder. Wenn das nicht so viele Menschenleben rein theoretisch zerstören würde, ne? Ich hätte dieses Geld gerne, Mann. Ob es kalt bei denen im Studio ist? Es sieht schon so aus, als wenn er Nippel hätte, mit dem man Glas schneiden könnte gerade, ne? Die Spachtelmasse war das. Irgendwie so war, ne? Also in irgendwelchen Dosen und Containern 16 Tonnen Kokain, Leute. Das ist unvorstellbar, wie viele Millionen Menschen, da hätten kaufen können einfach. Das ist eine unvorstellende Menge Drogen einfach. 16 Tonnen, Mann. 16 Tonnen ist ein guter Nachmittag. Senpai, ich glaube, da haust du dir in so eine Mülleimer große Fuhre dein Gesicht einmal rein, atme es einmal tief durch und eine halbe Stunde später bist du schon Ex. Hab fünf Jahre in dem Hafen gearbeitet. Tja, Omi. Die falschen fünf Jahre, würde ich sagen. Geschätzte 20 Tonnen kommen jeden Tag in Deutschland an, deswegen ist das nicht so krass, actually. Ja, natürlich. Aber allein einfach dieser Wert, den diese 16 Tonnen zusammen haben. Verstehst du? Das ist einfach unvorstellbar. Mir ist schon klar, dass von jeder einzelnen Droge tagtäglich extrem viel über die Grenze schwappt. Sei es da, wo bei Ida wohnt, Dresden. Da ist Chemnitz nicht weit. Naja, Chemnitz ist doch was, was Crystal Meth angeht, aus Tschechien. Megakrass. Nö, Leipzig auch. Oder Leipzig. Was aus der Richtung, aus dem osteuropäischen Raum, nur an dieser einen Stadt, an Crystal umgelegt wird. Dann hast du bestimmte Städte, wo halt Weed-Übelst abgeht. Und vor allem, wie viele Drogen es einfach gibt so. Das geht vom Spektrum über, das geht bei Natur los, dann wird Natur mit Chemie, dann geht die Chemie los. Boah. Du müsstest dann überlegen, 16.000, wie viel, 16 Tonnen? 16 Tonnen, 16.000 Kilo. Du bezahlst für einen Gramm so auf dem Schwarzmarkt 100 Euro, wenn es jetzt beim Diederholen ist. Pi mal Daumen, mehr, mehr, weniger halt. Pi mal Daumen, 100 Euro für einen Gramm. Und ein Gramm ist schon eine Menge, so. Ja, und jetzt rechnen wir das mal auf 16.000 Kilo. Weil das Zeug, das wiegt ja in Ansicht nix, also... Ein Gramm 100 Euro, das ist, glaube ich, aber auch natürlich marktabhängig, wo man sich befindet. Das ist richtig und auch reinheitsabhängig. Zum Beispiel London gibt's mega günstiges Kokain, dafür ist der Reinheitsgrad noch bei 20, 30 Prozent. Also nicht mehr viel ist. Äh, ja. Ein Gramm 70 Euro habe ich gelesen. Gut, die 30 Euro Unterschied, ne? Aber... Ich habe ja gesagt, mal mehr, mal weniger, dann reinheitsgradabhängig. Ich wollte gerade sagen, macht mal das Rechenbeispiel, was da rauskommt. Das ist Wahnsinn. Und der Commander schreibt's schon. Vielleicht haben die die 16 Tonnen geopfert und woanders ist viel mehr durchgekommen. Das kann auch sein. Das ist ja durch den Einmarsch der Amerikaner in Afghanistan. Afghanistan war, also bis dahin war gerade der asiatische Markt, also China und so weiter, was Opiate betrifft, ne? Opium. Heroin wird ja unter anderem aus Opium gewonnen, ne? Also Papava Sumniferum, also Schlafmohnanbau war im Irak, Afghanistan, ging gar nicht, weil unter anderem die Mullahs sich dagegen ausgesprochen haben. Und wer diesen Scheiß angebaut hat, dem haben sie die Puten abgehackt. Dann sind die Amerikaner da einmarschiert, haben alles platt gemacht, die Strukturen mehr oder weniger platt gemacht. Und sofort haben natürlich die armen Bauern angefangen, das zu machen, womit man am meisten Geld verdient und am wenigsten arbeiten muss. Und die haben es halt wirklich so teilweise festgestellt, dass wirklich LKW-Ladungen, dass ein LKW vorgefahren ist, wirklich also mehr oder weniger so White Flag mäßig offensichtlich, dass da Drogen drin sind, dass die Amis das Ding hops nehmen und hinten dran kamen einfach nochmal 15, 20 LKWs, die noch voller beladen waren mit dem richtig guten Zeug und sind einfach durchgefahren. Also wenn es um Drogen geht, na klar, da wird dann einfach mal eine kleine Marge geopfert, um einen viel größeren Deal abzuwickeln. Dann haben sie halt mal die 16 Tonnen Koks aus, keine Ahnung, Ghana oder wo auch immer das herkam, geopfert. Und hinten dran kamen nicht 5 Container, sondern 50 Container, randvoll mit dem Scheiß. Vor allem, ich habe gerade gerechnet, so diese 16 Tonnen auf 50 Euro für einen Gramm sind auch 800 Millionen Euro Geld. Wir kommen, wenn es 50, das ist schon günstig, ne? Das ist schon günstig, ja. Wir reden fast von einer Milliarde Euro. Das ist geisteskrank, Digga, das war garantiert, ne, alles. Also keine Ahnung, in der Blütezeit, das ist bei denen ja fast das ganze Jahr über, bei denen, die das anbauen können, so, keine Ahnung. Das sind 16 Tonnen doch gar nichts für die. Ach, das machen die, das machen die in der Woche. Das, das ist, das ist schon ultra. Aber eigentlich, wenn man es so sieht, ne? Ich habe schon mal gesagt, im nächsten Leben keine Drogen oder sowas. Tabak, im nächsten Leben werde ich, äh, werde ich Tabakfabrikant oder sowas. Tabak, Zigaretten, raucht fast jeder Mensch auf diesem Planeten. Zigaretten gibt es überall, die gibt es im Knast, die gibt es vor allem auch legal, das ist das Wichtigste. Zigaretten und Alkohol, aber gerade Zigaretten, sind fast überall legal. Das Produkt herzustellen ist super günstig. Es kostet fast gar nichts, Tabak anzubauen und Zigaretten herzustellen. Im Verkauf sind sie scheiße teuer, die Dinger machen süchtig, killen denjenigen, der es konsumiert, nicht sofort oder im Laufe von ein paar Jährchen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Wer einmal konsumiert, konsumiert in der Regel auch sein ganzes Leben lang. Das ist optimal. Zigaretten sind, sind die beste Droge, die es überhaupt gibt, um Geld zu machen. Also für denjenigen, der sie herstellt. Günstig in der Herstellung, kostengünstig im Vertrieb, du nimmst viel ein, ne? Was solltest du sagen? Alkohol ist es doch ähnlich. Alkohol ist es sehr ähnlich, ja, obwohl Alkohol... Aber Tabak ist es noch einfacher, das muss ich sagen. Ja, ja, vor allem, weil die Tabaksteuer ist, glaube ich, nicht mal ansatzweise so hoch wie die Alkoholsteuer. Wenn du den Alkohol ohne, zum Beispiel hier die Brandweinsteuer in Deutschland, dann würde eine Flasche Wodka nicht 4 Euro kosten. Die kostet nämlich in der Herstellung vielleicht 30 Cent oder sowas, mit der Flasche. So, das ist gar nichts. Moin Nico, welcome back. Ich habe drei Virginia-Tabakpflanzen im Nebenraum, wächst wie Unkraut, nur das Fermentieren und Veredeln dauert ewig. Ja, aber guck mal, das passiert doch in irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern, wo du den Leuten nicht mal 5 Cent die Stunde zahlen musst. Sind wir mal ehrlich, so traurig das ist. Das Zeug, das kostet gar nichts. Das kostet im Anbau nichts, das kostet in der Anschaffung nichts. So, den Scheiß da irgendwie klein zu häckseln, da in irgendwelche Papierhüllen zu stopfen. Und dann verkaufst du eine Packung für 6, 7 Euro oder mehr. Ha, das ist das beste Geschäft. Und die Leute sind abhängig davon. Es gibt welche, die hören auf, aber das ist ein Kampf damit aufzuhören. Die meisten, wenn sie einmal rauchen, rauchen ihr ganzes Leben lang. Was da an Geld durch, also mehr oder weniger doch auch fast durch den Abfluss geht, weißt du? Dann wird einfach verbrannt, die Kohle im wahrsten Sinne des Wortes. Moin Tashitsu, ein Wunderschön. Wie geht's dir? Ich habe vor 10 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ist sehr löblich, finde ich sehr gut. Ne, aber macht euch mal ein Bild davon. Wir reden halt dann hier von Drogen, Kokain und so weiter. Die Tabakindustrie, die lacht da bloß milde drüber. Die sagen sich 16 Tonnen Koks, wenn so und so viel Geld. Das ist bei denen in der Kaffeekasse, Alter. Und mein Krankenkassenbeitrag würde weiter steigen. Nein, danke. Ob ich Zaubertricks mag? Geht so. Und Verkauf geht aber ultra viel an Steuern weg. Bei Drogen nicht. Ja, aber die Gewinnmarge ist schon sehr gut bei Tabak. Darauf erstmal eine Kippe. Behandeln wir gerade Tashitsu? Ja, das ist gerade Thema. Hallo Alkoholiker, einen wunderschönen guten Morgen. Gangsterbusch fragt sich, was ist die schlimmste Seite, die du im Darknet gesehen hast? Kommt was mit Kindern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf der Silk Road und nur auf der Silk Road. Ich habe keine Minute damit verbracht, irgendwie rumzubrowsen und mich umzusehen. Ich war echt busy. Hast du irgendwann mal überlegt, was anderes außer Drogen zu verkaufen? In fact war mein erster Verkauf Bargeld, weil es 2011 wirklich schwer war, an Bitcoins zu kommen. Aber danach... Mollmuschkodl! Man hat mal überlegt, ob man Waffen verkauft, weil man hat Kontakte nach Osteuropa. Aber man wusste, wie ungern das gesehen wurde, Waffenverkauf auf den Marketplätzen. Und deswegen habe ich... Ich habe es bei den Drogen belastet. Flycam Darknet in deinem Gebiet... ...rumschnüffeln ist selten gut. Ah, ich weiß nicht. Das Darknet bietet so unendlich viele Möglichkeiten. Also natürlich wird man überschwemmt mit Sachen, die man vielleicht lieber nicht gesehen hätte. Aber genau in dem Moment, wo ich das denke, sage ich mir, okay, gut, dass ich es gesehen habe. Irgendwie. Also man muss das nicht toll finden, aber wie soll ich das sagen? Nur weil ich meine Augen verschließe vor einer Thematik, heißt das nicht, dass sie nicht existent ist. Also lieber habe ich etwas gesehen und das belastet mich vielleicht sogar. Oder ich mache mir da halt... Also belasten tut es mich eh nicht, aber ich mache mir da Gedanken drüber, als dass ich so Friede, Freude, Eierkuchen... Und das gibt es nicht. Das gibt es. Und wenn es ums Internet geht oder generell, egal, was ihr euch ausdenken könnt, egal, was für eine kranke Fantasie... Irgendwer hat es schon gemacht. Gut, dass man sie gesehen hat. Ja, wenn man das so aus dem Kontext reißen möchte, ja. Aber das ist eine Thematik, die den meisten Leuten... Die meisten Leute labern doch bloß hohle Phrasen, wie schlimm und keine Ahnung was. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie schlimm das wirklich ist. Die meisten Leute tun nur so, als wenn sie sich reinversetzen könnten, wenn es um bestimmte Thematiken geht. Oh, Ezekiel. Wollte mir mal eine Jacke aus Menschenhaut kaufen im Darken. Ich habe mir dann aber gedacht, wenn du die Jacke aus Menschenhaut kaufst und die Leute, die da Menschen gehäutet haben, dir die liefern, wäre wohl unklug. Uff. Aua. Meine erste Frage wäre, warum wolltest du eine Jacke aus Menschenhaut? Aber okay. Lorenz van Kühn fragt sich, was waren das für Leute, von denen du die Drogen bekommen hast? Leute im selben Alter wie ich. Smarte Leute. Abenteurer. Osmann möchte wissen, warum hast du damit angefangen? Geld. Also mit der kriminellen Karriere habe ich begonnen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, ich war da Anfang 20, leidenschaftlicher American Footballer war. Ich habe in der ersten Football-Bundesliga gespielt, im Plattling. Mein ganzes Leben bestand aus Sport. Sieben Mal die Woche trainieren, vier Stunden am Tag im Gym. Ich hatte vielleicht 90 Kilo. Ich war echt topfit. Habe mich dann in der Sommerpause nach der Saison ein bisschen fett gefressen und im ersten Hallentraining beide Kreuzbänder gerissen. Und dann hatte ich auch recht bald die OPs nacheinander. Das heißt, ein halbes Jahr einfach nur rumliegen. Linkes Knie, drei Monate warten, rechtes Knie. 40 Kilo zugenommen. Und man fühlte sich einfach nutzlos. Und wohin mit der Energie? Wohin mit den Ambitionen? Viel Geld hatte ich auch nicht, aber irgendwas muss ich machen. Ich habe mein letztes Hab und Gut versetzt, einen Fernseher und einen Gaming-Rechner. Bin nach Wien gefahren, habe mir ein XXL-Grow-Zelt gekauft, 35 Cannabis-Stecklinge. Hab die bei meinem Vater an der österreichischen Grenze ins Zelt geknallt. Ganz normal, oder war Ida? Das ist der normale Wendegang. Ich habe keine Kohle. Ich verkaufe meinen Gaming-PC und noch irgendwas anderes. Kaufe mir ein Grow-Zelt, paar Hanfpflanzen, dann baue ich Hanf an. Hab 55 Tage später 750 Gramm Weed. Moin Odin Skolm, mein wunderschön. Kurze Zeit später habe ich mal einen Link von meiner Mutter bekommen zu einem Artikel, einen Online-Artikel, der eben von der Silk Road berichtet hat. Und ich schätze mal so, eine Viertelstunde später war ich eingeloggt auf der Silk Road, hatte meinen Account. Und Silk Road ist so Standard. 20 Stunden später hatte ich meine ersten Bitcoins. Das ist eigentlich, wenn man vom Darknet spricht, eigentlich ist Silk Road nichts anderes, als würdest du Google benutzen. Das ist, das ist halt irgendwie, das ist noch nicht mal richtig Darknet irgendwie für mich. Das ist so das Vanilla Darknet so. Das ist halt, irgendwie, ja, na doch. Papalost fragt sich, wie viel kosten Drogen im Internet? Seit meiner Ära viel, viel, viel weniger. Als ich mich angemeldet habe auf der Silk Road, hast du für einen Gramm MDMA 80 Dollar gezahlt. Nachdem ich in Rente gegangen bin, Ende 2012, war der durchschnittliche Preis so bei 20 Dollar, der Kilopreis bei 10.000. MDMA zum Beispiel habe ich anfangs sechs, später 7.000 das Kilo gezahlt. Heute kriegt man das für eineinhalbtausend hinterhergeschmissen. 2011, 12, 13 war eine ganz andere Zeit. Herr Katze fragt, Meine Oma immer, habt ihr mal eine Reportage gesehen? Nexus. Für die besser beschreib. Darknet ist wie eine miese Gegend. Entweder du kennst die Leute da oder du weißt, was du da willst, bist nicht länger dort als nötig und verirrst dich nicht in ein Gebiet, in dem du dich nicht gut auskennst. Als Händler im Darknet ist das nochmal mehr extremer, weil die Gefahr besteht, dass du wem anders in die Quere kommst. Man muss aufpassen im Darknet, ja. Man sollte offenen Auges auf jeden Fall unterwegs sein und sich überlegen, was man tut. Das ist true. Jetzt sehe ich. Wie hast du die Drogen an deine Kunden versandt? Ich habe recht simpel angefangen, also wirklich etwas in den Luftpolsterumschlag reingeschmissen und habe eigentlich immer auf das Feedback gehört. Mach doch mal dies, mach doch mal das, nimm doch mal DVD-Hüllen. Die DVD-Hüllen brauchen ein Cover, die DVD-Hüllen müssen nochmal eingeschweißt werden, die müssen neu ausschauen, wie Restposten. Man hat einfach auf die Community, auf die Clients gehört und das war, glaube ich, der Weg zum Erfolg. Hast du die Briefe ganz normal zur Post gebracht? Ja, die Briefe habe ich einfach zu einem Drive-By-Briefkasten gebracht, wo man mit dem Auto ranfahren kann und habe einfach einen Karton entleert. Ein-, zweimal am Tag. Und das hat niemand mitbekommen? Wer interessiert sich für irgendjemanden, der Briefe zum Briefkasten gibt? Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, dass bei der Post eine Maschine und da alles genau analysiert. Ist ja auch gegen das Postgeheimnis. 2012. Amit Lahn fragt sich, wurdest du mal abgezockt? Also niemals beim Drogenkauf. Allerdings Ross Ulbricht, der Admin von Silk Road, er hat dafür gesorgt, dass mir 120.000 Dollar abgegangen sind, weil er einfach allen Leuten ihr Geld zurückgegeben hat, nur weil ich mich halt einen Monat lang nicht mehr angemeldet habe. Weil ich dann leider schon in Rente war und einfach paranoid war. Was mir da in die Hände gespielt hat, waren meine sehr frühen Kontakte in der Bitcoin-Community. Bereits im Herbst 2011 war ich eigentlich connected im europäischen Raum und hatte dadurch Leute in Osteuropa, die mir binnen ein bis zwei Stunden, nachdem ich ihnen die Bitcoins geschickt habe, das Geld auf diversen Kreditkarten bereitgestellt haben und ich konnte es an Bankautomaten abheben. CAOS02 möchte von dir wissen, wie viel Geld hast du damals verdient? Also ich war eine Ein-Mann-Armee und es war wirklich schwer, Buch zu führen. Und man muss auch im Kopf behalten, es war eine Achterbahnfahrt, es war progressiv, es ging steil los. Ich habe auch irgendwann recht früh wieder aufgehört damit, aber in einem sehr guten Monat habe ich Buch geführt und da waren es 120.000 Euro Reingewinn. Und wie viel Geld war es insgesamt? Kann ich nicht beantworten, unmöglich. Wirklich, ich weiß nur diesen einen Monat, wo ich mitgerechnet habe. Lotus Kuss fragt sich, der ist paranoid, der ist so breit, da würde ich mir gut überlegen, auf den loszugehen. Odins Kolben, Darknet. Den Leuten ist es scheißegal, wie breit du gebaut bist, wie viel Geld du hast und was du hast. Wenn jemand dir schaden möchte, es findet sich im Darknet auf jeden Fall irgendeinen richtig beknackten Vollidioten, der fährt frühmorgens in Jugoslawien los, du bezahlst ihn dafür, wenn es sein muss, der fährt frühmorgens los, besucht dich zu Hause, ballert dich über den Haufen und fährt wieder nach Hause zurück und setzt sich abends in Jugoslawien an seinen Abendbrotstisch oder nachts um drei oder sowas und fährt gemütlich und geht dann ins Bett. Im Darknet finden sich dann Leute und wenn es jetzt nicht mal das wäre, sondern auch digital, dann heuern sie halt jemanden an, der irgendwie alle deine Daten rausfindet, alle deine Daten zerstört, sonst wie. Das hatte mit seiner Breite nichts zu tun. Ich bin ja auch ein sehr streitbarer Mensch. Wenn mir jemand zu nahe treten wollen würde, ich könnte mich auch verteidigen, aber das ist ja nicht alles. Nur weil jemand dir aufs Maul hauen will, heißt das ja nicht, dass die Gefahr dann so vorbei ist. Die Bedrohung ist eine viel größere. Ich habe wieder den Fehler gemacht zu klicken, Decker. Was hast du dir von dem Geld gekauft? Puh, also ich bin gern in Supersportwegen rumgefahren. Ich habe sie aber nicht gekauft, ich habe sie nur gemietet. Ich habe gern mein Haus schön eingerichtet, was ich auch nur gemietet habe. Ihr seht hier bitte keine Anleitungen posten. Das ist, glaube ich, gegen die TOS. Ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe auch vielleicht mal in eine Immobilie im Ausland investiert. Aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zu schauen. Das Problem war, ich habe immer mehr bekommen, als ich bestellt habe in Holland. Ich habe fünf Kilo bestellt, ich habe zehn Kilo bekommen. Man hat geschaut, dass ich immer dick im Minus bin, damit ich fleißig zu tun habe. Elif Tab fragt sich, hast du selbst Drogen genommen? Das war eine Rechnung. Ja, kann missverstanden werden. Ich habe es nicht wirklich krachen lassen, aber ich habe hier und da mal rumprobiert. Es gibt Drogen, auch legale Drogen, die ich bis heute nicht angefasst habe. Aber ich hatte zu der aktiven Zeit definitiv ein kleines Kokainproblem. Ich habe dazu nicht viel, große Mengen gebraucht, aber ab der ersten Line hatte ich schon wirklich Psychosen, also paranoide Wahnvorstellungen. Aber das war echt nicht witzig. Ja gut, dann kommt auch noch sowas. Oh Gott, fragt sich. Das merkst du halt immer, der Downfall von den Leuten ist, wenn sie den Scheiß selber nehmen. Immer. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Ich habe schon recht früh Fehler begangen, die jeder Behörde aufgefallen wäre, wenn wir auf dem Schirm gewesen wären, also der Silco, das Marktplatz. Und ich hatte eigentlich jede Nacht, vor allem in der Nacht hatte ich Angst. Im Zusammenhang mit Kokain hatte ich richtig Angst, da hatte ich schon Panik. und ich wusste, dass früher oder später wird es schief gehen. Aber ich dachte, dass ich halt mal mit einem Kilo irgendwas im Kofferraum angehalten werde oder erwischt werde und dann war es das. Dann werden noch Gebäude durchsucht und dann findet man halt noch ein bisschen was. Weil es war ja immer quasi on-time-delivery. Man hatte nicht viel Zeug da rumliegen, aber ich hatte auf jeden Fall Angst, ja. Q fragt sich, hast du kein schlechtes Gewissen? Das mit dem Gewissen ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine psychische Störung ist, aber ich bin schon von früher Kindheit und vor allem in der Jugend recht gewissenfrei gewesen. Also ich sage nicht skrupellos, aber das sind Faktoren, die in meiner Denkweise keine große Rolle spielen. Und man muss auch sagen, das Zeug war rein. Also es war ein vielfaches rein als das, was man irgendwo anders hätte beziehen können. 2012 war es auch nicht so, dass jetzt irgendwelche Kinder an Bitcoins gekommen sind. Man wusste schon, dass eine Klientel zu wahrscheinlich fast 100% aus Erwachsenen besteht, die wissen, was sie machen und die dann gerne einfach reinen Stoff hätten. Kannst du ausschließen? Wenn ich hier schon lese, ich wäre ein guter Dealer, ich konsumiere nicht und würde nicht an Minderjährige verkaufen. Guter Dealer. Von welchem Standpunkt aus, ne? Letzten Endes, jeder, der mit Drogen dealt und da kein schlechtes Gewissen hat, der sagt sich einfach, der Markt ist doch eh schon da. Machen alle anderen genauso. Das ist wie im Einzel- und im Großhandel auch. Warum? Warum soll er sich den Kopf machen? Der Markt ist doch da. Dem ist doch scheißegal, ob jemand anders vielleicht abhängig wird. und sein Leben damit zerstört. Weil er sagt sich, ich bin doch bloß der Anbieter. Ich stelle doch bloß das Zeug zur Verfügung, zu einem gewissen Preis. Und die Leute, die kaufen, die können sich doch jederzeit selber dazu entscheiden, das nicht zu tun. Das ist eine Denkweise, die ich natürlich irgendwo auch verstehe. Weil irgendwo muss man schon sagen, man kann den Drogendealer nicht unbedingt für den Drogenkonsum des Konsumenten verantwortlich machen. Das ist aber ein Kreislauf, weil beide sind voneinander abhängig und beide haben auch eine Schuld dran. Weil nur, weil er jetzt keine Drogen mehr verkauft, gibt es keine Drogensüchtigen mehr oder was? Oder haben jetzt alle, denen er seinen Scheiß verkauft hat, aufgehört damit? Nö, die haben einfach den Anbieter gewechselt, sagen wir mal so. Also, die Frage der Schuld ist halt schon, ja, recht schwierig. Gerade für ihn selber. Das ist so eine, so eine Verantwortung, die kann ein Dealer getrost von sich weisen. Da braucht man nicht skrupellos oder sonst was sein. Das fällt einem sehr, sehr einfach, würde ich sagen. Vor allem, weil er nicht mit jedem seiner Kunden Kontakt hat, also eingehenden Kontakt hat und die Leute, denen er was verkauft. Ab einer gewissen Größe verkaufst du nicht mehr an Little Timmy für einen Zehner oder sowas. Das machst du dann über Kilopreise und da reden wir dann, dass er an Großkunden verkauft, die dann irgendwann aufsplitten und das dann an andere verkaufen. Und nicht an den Endkonsumenten, der sich dann die Spritze setzt oder sonst was oder das selber durch die Nase zieht. Hast du jemals ein Minderjähriger verkauft? Ausschließen kann ich es definitiv nicht, aber Minderjährige hätten sich in jedem Teil der Welt schwer getan damit, an Bitcoins zu kommen oder auf die Silk Road zu kommen. Yin Dada fragt sich, hattest du eine Waffe? Ich hatte Angebote für eine Waffe. Mir wurde mal eine schallgedämpfte Militär-Usi angeboten im Tausch für 5000 Ecstasy-Tabletten. Drecksgeschneidung. Langgegrübelt, weil man wirklich in den Film fährt und man denkt sich, hm, wäre schon irgendwie nice. Aber die Vernunft hat gesiegt. Ich war auch froh, weil als das SEK kam, habe ich gemerkt, das ist das Erste, was sie suchen, weil Waffen in Verbindung mit Drogenhandel gibt gleich mal fünf Jahre mehr. Kaito Varanjal fragt sich, welchen Fehler ist diese Macht? Daniel und Dark Knight für den Host. Ich habe am Anfang schon mal ein Bild von einer Ecstasy-Tablette mit GPS-Daten ins Forum gepostet. Ich habe mich oft verplappert. Viel zu viele Leute wussten Bescheid. Der maßgebliche Fehler war einfach, dass ein Mensch und sein Fahrer am Ende des Tages einfach zu viel über mich wussten. Sie wussten, wie heiß, wie heiß, wo ich wohne. Das ist der Fehler. gewesen. Weil mit dieser Person habe ich mich halt recht früh, es war noch am Anfang der Karriere, habe ich mich schon getroffen an der österreichisch-deutschen Grenze. Wir haben uns kennengelernt. Es war keine Freundschaft, aber man dachte, man kann sich vertrauen. Und mein Gott, da hat ab und zu mal ein halbes Kilo, Kilo, Kilo. Pflegelecht ist sehr zuverlässig, dazu kaum Rückstoß. Ah. Ah. Lord of War. Vergewechselt. Als er aber dann in Bedrängnis geraten ist, ist er sofort umgefallen wie ein Streichholz. Du wurdest also verraten? Ja, ich wurde verraten und zwar innerhalb von gefühlt fünf Minuten. Bugtavia möchte von dir wissen, wann hast du gemerkt, dass du am Arsch bist? Also ich wusste, dass ich definitiv am Arsch bin, als ich im Sommer 2013 die Observation des LKAs bemerkt habe. Es war ein schöner Sommertag. Ich bin gerade von LSD runtergekommen und habe an nichts so Schlimmes gedacht, aber habe halt gesehen, dass gegenüber von meinem Wohnzimmer irgendein Typ, der dort nichts zu suchen hat, einfach mal auf halbem Weg, am Gehweg stehen bleibt, kurz in mein Fenster reinschaut und sich wieder umdreht und sich in sein Golf R reinhockt und zwar auf der Beifahrerseite und dort für vier Stunden verweilt. Die deutsche Polizei ist aber auch selten dämlich bei der Observation, oder? Ja, die deutsche Polizei ist lächerlich. Wenn das sogar so einem zugekoksten Heini auffällt, Alter. Das wäre bei jedem anderen Say hello to my little friend. Tür geht auf. Fump. Der M203 Granatwerfer, Underbarrel, Under M16 dran. Fump, Fump, aufs Auto, Bam. Auf die Bullen sind aber auch, keine Ahnung, manchmal frage ich mich, ob die Bullen genauso dämlich sind wie die Leute, die sie versuchen, in den Knast zu bringen. Mein ganzes Haus gemacht, aber spätestens als er nach vier Stunden abgelöst wurde von einem schwarzen Benz, der nichts anderes gemacht hat, wusste ich so, hm. Oder es war Absicht. Das gilt mir. Kannst du dich an den Tag erinnern, als du festgenommen wurdest? Das war der 4. Juli 2013. Das war ungefähr. Er kann sich erinnern. 9 Uhr morgens, als das SEK mit Rambok und Blendgranate reingekommen ist und mich, ja, recht unspektakulär danach verhaftet hat. Daniel Sikor fragt sich, wie lange warst du im Gefängnis? Ich wurde wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel zu siebeneinhalb Jahren verurteilt mit anschließender Drogenentzugstherapie. In U-Haft war ich 10 Monate, das war in Landshut. In Strafhaft, in Straubing, war ich 17 Monate. Im geschlossenen Maßregelvollzug, in der Forensik, eines Bezirksklinikums in Niederbayern, war ich 13 Monate und dann nochmal 12 Monate im Probe wohnen, wo man aber eigentlich schon quasi daheim lebt. Bewährung hat er gekriegt. Lauking, 2,6. Warte, also wie viel hat er jetzt insgesamt gekriegt? Niederbayern, in Strafhaft. Wie lange warst du im Gefängnis? Ich wurde wegen... Warte. Ich muss mal irgendwo mal hier... Ich will mir das mal kurz aufschreiben, Alter. Ich kann das nicht im Kopf behalten. Die Drogen. So, weil er 10 Monate U-Haft gehabt, das wird angerechnet auf die Strafe. I got the brawler, Tashitsu. Vielen, vielen Dank für deinen Resub im dritten Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Abfahrtkollege kleiner dan 3. Das waren nicht so ganz 7,6 Jahre. In gewerbsmäßigen... Vielen, vielen Dank. Haut mal ein bisschen Liebe raus für den Besten. Zu 7,5 Jahren verurteilt mit anschließender Drogenentzugstherapie. In U-Haft war ich 10 Monate, das war in Landshut. In Strafhaft, in Straubing, war ich 17 Monate. Im geschlossenen Maßregelvollzug, in der Forensik eines Bezirksklinikums in Niederbayern, war ich 13 Monate und dann nochmal 12 Monate im Probewohnen, wo man aber eigentlich schon quasi daheim lebt. So. Jetzt haben wir die Rechnung. Hallo. Rechnen wir ganz genau aus. So, wir haben 10 Monate plus die 17 Monate plus die 13. Ihr habt das alles schon so gut gerechnet, ne? Plus die 12. Das sind 52 Monate. Durch 12 macht 4,3 Jahre. Er hat die Hälfte, also etwas, ja, knapp die Hälfte seiner, seiner Strafe abgesessen. Ist jetzt auf dem Server Discord. Schön, freut mich. 4,3 Jahre hat er gesessen. Also er hat die Hälfte seiner Haftstrafe. So, das ist auch normal, glaube ich eher. Aber wenn wir mal ernst, deutscher Knast ist schon wie Urlaub. Auf Netflix die härtesten Gefängnisse der Welt. Da war Deutschland dabei, wieso auch immer. Ist immer Ansichtssache, was Knast einem, wie man Knast findet. Ähm, ähm. Mal nebenbei gesagt, wenn man Cannabis anbaut, wirst du wegen Besitz, Verkaufsabsicht, Anbau und der theoretischen Menge verknackt. Das ist quasi nix. Ich weiß nicht, ob das nichts ist. Aber es ist halt die Hälfte dessen, zu dem man ihn, äh, zu dem man ihn verurteilt hat. Viereinhalb Jahre. Ja, ja. Muss man trotzdem sagen, wäre er mal klüger gewesen, ne? Lauking 2674 fragt sich, wie realistisch findest du how to sell drugs online fast? Äh, da hat aber Odin recht. Wenn die Doku, äh, wenn du die Doku vergleichst mit anderen Ländern und deren Gefängnissen, war der deutsche Knast echt Urlaub. Gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Da brauchen wir bloß, wenn wir in der westlichen Welt bleiben wollen, müssen wir bloß nach Amerika gucken. Ansonsten guckst du nach, nach Nordafrika, Mittelafrika, Südafrika oder guckst in den asiatischen Raum, wo die Leute mehr oder weniger mit, oder auch in, in vielen russischen Gefängnissen, ich glaub, es gibt ein sehr bekanntes Moskauer Gefängnis, da sitzen 50 Leute in einem Raum, der vielleicht 50 Quadratmeter hat oder sowas. So, dann gibt's ein Klo, dann gibt das, dann schmeißen die ab und zu was zu fressen da rein und ansonsten ist denen scheißegal, was da drinnen abgeht, so. Natürlich. Aber, äh, ich, ich finde, wenn's um das Thema Gefängnis geht, ist die, die, die Bemessung so deutscher Knast oder der Knast ist nicht hart genug oder sowas. Ähm, ich seh dann immer, dass, ähm, dass so diese, so rangegangen wird, Knast muss wirklich hart sein, damit, äh, Leute nicht wieder straffällig werden. Das ist aber nicht unbedingt das System, weil, wenn's darum ginge, dann, äh, müsste ja logischerweise die Todesstrafe Leute davon abhalten, Verbrechen zu begehen, die die Todesstrafe nach sich ziehen. Hat überhaupt nichts gebracht. Statistisch gesehen. Wird, es, es werden noch genauso viele Menschen erschossen und abgestochen und totgeschlagen oder sonst was. Obwohl die Todesstrafe darauf steht in einigen Ländern. Machen's trotzdem. Also, da sieht man dann eher, dass, dass so, äh, so Friede, Freude, Eierkuchen, Bilderbuch, Knast, wie in Schweden, Finnland, Norwegen. Also, ich glaub, in Finnland ist es, glaub ich, auch teilweise sehr krass, dass, dass das Gefängnis, was sie da haben, das ist wie bei uns Grundschule, jetzt übertrieben gesagt, ne? Und dass die, äh, bei, dass die in ihrem Gefängnissystem ne wesentlich höhere Quote haben an Leuten, die wieder normal ins Leben zurückfinden und eben nicht noch mehr in diese kriminelle Schiene abrutschen. Also, natürlich, du kannst ein deutsches Gefängnis, ist schon lächerlich, wenn man sagt, die härtesten Gefängnisse der Welt und Deutschland mit reinbringt. Aber wisst ihr, warum sie es machen? Weil das für Deutschland ist, für deutsche Interessenten, für, für Deutsche, die sich das angucken. So, und wenn Deutschland da nicht dran teilnimmt, ist doch langweilig. Wir müssen ja auch immer Schwanzvergleiche machen, die härtesten Armeen der Welt, die krassesten Armeen der Welt. Äh, wir, wir müssen, das ist so ein Teil Arroganz, wir müssen immer oben mit dabei sein. Siehst du auch in den Medien, es stürzt irgendwann Flugzeug ab. Leider waren auch drei Deutsche an Bord. Ja, es waren 400 Passagiere und drei davon waren Deutsche oder sind, äh, irgendwann mal an einem deutschen Gen vorbeigelaufen. Also, Gen jetzt, ne? Sind mal irgendwo, einmal kurz hier durchgezogen so und da ist vielleicht irgendwas Deutsches drin. Was interessiert mich das, ob das Deutsche sind? Was ist mit den, mit den 397 anderen Menschen, die da verreckt sind? Sind die egal oder was? Ah, war bloß Asiaten, da wird nicht drüber berichtet. Stürzt irgendwo ein Flugzeug ab. Sitzt kein Deutscher drin? Braucht mich nicht drüber berichten. Oder nur ganz kurz. Ist keine Schlagzeile wert, aber, ja, heute ist mal wieder in Malaysia, ist, ist wieder ein Flugzeug abgestürzt, aber ist nicht so schlimm, waren keine Deutschen an Bord. Es ist einfach dieser Identifikationsfaktor, den man braucht in so einer Serie oder den man da reinbringt für die Konsumenten solcher, solcher Serien. Ist mir zum Beispiel sehr häufig aufgefallen. Also, ich schätze, dass dieses Element eher, äh, das betrifft, dass der deutsche Konsument vor seiner Glotze, ja, die deutsche Gefängnisse, ja, wir sind wieder an der Spitze mit dabei, äh, dass das ist. Knast muss vor allem eine vernünftige Form von Wiedereingliederung in die Gesellschaft bieten, um Kriminalität zu verringern. Wer eine Perspektive hat, wird bestimmt weniger rückfällig als jemand, der danach vor dem Nichts steht. Richtig, Misanthrop? Das sehen wir in Amerika. Amerika, in meinen Augen, hat ein absolut beschissenes Knastsystem. Die Gefängnisse sind überfordert, sind überfüllt und die Gefängnisse in den USA sind ein Wirtschaftsfaktor mittlerweile. Die verdienen damit Milliarden. Das ist, das ist ein Geschäft. Das, da ist doch dann auch irgendwo, wenn, sobald Geschäftsinteressen da sind, ja, dann besteht auch ein Interesse, dass man dieses auch am Leben erhält. Das heißt, es müssen noch mehr Leute in den Knast. Das ist, das finde ich, ist gefährlich. Es gibt so viele Leute, die in den USA im Knast sitzen für Kleinigkeiten, Mann. Auch in Russland ist es teilweise so. Strafen sind gut und wichtig, aber jeden in den Knast zu stecken und dann wirtschaftliches Interesse draus zu machen, billige Arbeitskräfte. Da landen Leute im Knast, die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sind Handwerker oder keine Ahnung was. Ja, ich habe zum Beispiel mal ein Video von einem Typen gesehen, der, ähm, der ein Ticket bekommen hat von der Polizei. Wollte dieses bezahlen. Da ist dann einiges, der ist ein Motorradfahrer, ist zu schnell gefahren, sollte Ticket bezahlen. Äh, dann gab es irgendwelche Hudeleien und der ist für 14 Tage in den Knast gewandert, bevor dann irgendwann mal rauskam. Ach, der hat doch nichts Schlimmes gemacht. Da musste er sich selber aber rühren. Das hat niemanden interessiert. Der wäre theoretisch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte im Knast verrottet, bis irgendwann mal einer auf die Idee gekommen wäre. Sag mal, wer bist du eigentlich? Was machst du überhaupt hier? Das hätte niemanden interessiert. USA, dreimal gleiches Vergehen und du gehst in den Knast. Kannst die Kaution nicht zahlen, gehst in den Knast. Die USA haben ein mega beschissenes System. Ja. Ja. Hallo, Eduden, einen wunderschönen. Wenn du kriminell werden willst, ein Netzwerk aufbauen und dich fortbilden in Mord, Einbruch, Datenklau, Raub, Erpressung, Steuerhinterziehung, einfach mal zwei Jahre in den Knast oder länger. Fünf Jahre. Ich denke, dann hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung als wirklich Berufskrimineller, gerade auch was die richtig schwierigen Sachen angeht. Vor allem das Beste daran ist, du hast dann die Connections dazu. Du kennst dann die Leute oder die Leute, die Leute kennen. Es gibt dann einen Fall, da ist einer in U-Haft für ein paar Jahre vergessen worden. Das ist doch krank, oder? Und das ist aber der Moment, wenn wir uns dann in diesem Strafsystem regelrecht ergötzen oder verlieren, dass wir sagen, richtig harte Strafen, also ich bin auch für harte Strafen, gar keine Frage, aber die Frage, die man sich stellen muss, wie sinnführend ist das? Wie sinnführend ist zum Beispiel eine Todesstrafe? Gibt es auch eine ganz tolle Doku zu dem Thema? Und zwar versucht, habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, versucht da der, der, der Reporter oder die Reporter begleiten jemanden, der eine humane Art der Todesstrafe versucht rauszufinden und die versuchen ein unterschiedliches aus, gehen dann auch die Geschichte mit, mit Guillotine erhängen, erschießen, Giftspritze etc. Und letzten Endes kommen sie drauf, dass so eine, äh, anaerobe Kammer, also wie das zum Beispiel für Astronauten oder auch für, für Sportler so ein Höhentraining ist eine, ist eine Kammer, aus der langsam dann der Sauerstoff ausge, abgepumpt wird. also das, ne, so als würdest du auf den Mount Everest steigen oder sowas, dass der Sauerstoff langsam entzogen wird. Das merkt der Betroffene gar nicht, sondern du kriegst dann Halluzinationen, also der Reporter hat es sogar selber getestet und die haben es dann mit Matheaufgaben, aber er musste selber abbrechen. Also ab welchem Punkt er dann sagte, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie so schwammig. Der wurde immer lustiger, der Typ. das ist wohl ein Phänomen, dass wenn der Sauerstoff nachlässt in der Luft, dass man, äh, ziemlich lustiger wird. Und, äh, ja. Das heißt, das wäre sogar eine recht humane Art und Weise, die Todesstrafe so vollführen, aber, dann hast du eben solche Leute, die werden dann auch vorgestellt in dieser Dokumentation, die dann sagten, aber wieso, die Leute sollen doch Angst haben vor der Todesstrafe. Die sollen sich einscheißen, wenn sie da sitzen auf dem, auf der Pritsche und die Spritze in den Arm kriegen. Das soll wehtun. Ich will, dass sie Schmerzen haben. Also, da merkst du einfach auch, dass da, dass da eine starke Diskrepanz herrscht. Es geht, gerade in den USA, im Strafsystem, geht es nicht um Rehabilitierung, sondern es geht wirklich nur ums Bestrafen, um des Strafens willen und nicht um das Problem aus der Welt zu schaffen. Und, wenn man an dem Punkt ist, dann macht man was verkehrt. Deswegen würde ich, gerade, dass wir Deutschen uns vielleicht auch mal an, äh, an den nordischen Ländern orientieren, die da, Dänemark zum Beispiel auch, die da im, im Strafvollzug sehr moderne Wege bestritten haben. Hä? Findest du nicht gut bei Eder, ne? Nee, ich hab grad was. Was? Du hast grad was, wie, was, wo? Ich hab nur hell gemacht. Ja, ja. Er hat gerade auf der Silk Road was verkaufen wollen. Psst. Ich bin für die Todesstrafe, da lernen die wenigstens fürs nächste Mal. Ja, genau. Aber nur den Sauerstoff entziehen und nicht die ganze Luft. Menschlicher Körper im Vakuum ist echt beschissen. Das Nachherputzen. Aber Nexus, wozu gibt's Kärche? Ich gucke auf Netflix nebenbei, die härtesten Gefängnisse der Welt. Das ist genau die Sendung, von der wir gerade sprechen. Hallo Schelle. Kriminalität kann man dann eher aus dem Weg schaffen, aber was macht man mit Sexualstraftätern? Ich glaube, die gibt es immer, weil die nicht ganz richtig im Kopf sind. Schelle, Kriminalität wird es immer geben. Du wirst niemals, es wird niemals möglich sein, Armutskriminalität zum Beispiel zu bekämpfen. Und selbst wenn wir die Armut auf diesem Planeten abschaffen, es wird immer noch Leute wie ihn hier geben, die Drogen dealen. Schau mal. Man könnte jetzt da sagen, First World Problems, ne? Der Typ lebt in Deutschland. Er hat Football gespielt. Okay, dann hat er sich verletzt. Er war Profisportler, hat aber bestimmt eine Ausbildung gemacht, auch nicht unbedingt den niedrigsten Schulabschluss. Der hat seinen Gaming-PC und noch was anderes verkauft und seine erste Idee war, dass er sich ein Grow-Zelt kauft und Pflanzen kauft. Der hätte mit der Kohle auch was anderes anfangen können, oder? Der hätte sich auch ein anderes Online-Business aufbauen können. Der hätte auch in dem Moment sagen können, weißt du was, ich werde Streamer. Ist zwar wesentlich härter, weil man viel mehr dafür arbeiten muss und letzten Endes viel weniger dafür verdient, aber er hat sich ja bewusst, obwohl es ihm ja nicht schlecht ging, also außer körperlich natürlich, er hat sein, natürlich, seine Gesundheit hat gelitten. Das hat ihn natürlich, also seine körperliche Gesundheit hat gelitten, das hat ihn psychisch belastet. Aber er hat sich ja bewusst in dem Moment dafür entschieden, im Darknet verbotene Sachen zu machen. Das war eine bewusste Entscheidung und ihm ging es gut eigentlich. Also das wird es immer geben, das wirst du nie ganz abschaffen. Marco, Million Ways to Die, not in the West, stirbt eine in der Unterdruckkammer, weil einer nicht rafft, dass wer drin ist und das System entlastet hat. Ja, Tomatensauce kann man anders machen. True. Also, Kriminalität wird es immer geben und auch Sexualkriminalität wird es immer geben. Straftaten im Zusammenhang mit Sexualität wird es immer geben. Natürlich. So viele unterschiedliche Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Fantasien, Träume, Vorstellungen und Wertesysteme gibt es auch. Jeder von euch hat ein leicht anderes Wertesystem. I've got the Brawler! Odins Kolben, wie viel Dank für deinen Sub. Hau nur ein bisschen Liebe für Odins Kolben raus. Denkst du bei bei Frage einen, gab es auch mal einen, der Crap geredet hat? Ähm, in diesem Format nicht, aber bei Leroy hatten wir das. Bei Leroy hatten wir das und zwar, als ich den Thementag Pädophilie gemacht habe oder die Thementag G. Da hatten wir nämlich bei Leroy einen, der erzählt hat, also auch mit verstellter Stimme, er wäre in der Klinik und dies und das und jenes. Der kam mir einfach so vor, also der kam nicht nur mir, sondern auch generell dem Chat so vor, als würde der Scheiße erzählen. Äh, daraufhin habe ich dann vom Y-Kollektiv die Doku über Pädophilie angemacht und das war auch ein schöner, sehr schöner Stream, muss ich sagen. Die Domina war schon echt recht daneben beziehungsweise kein Plan von Nix. Okay, das könnte man, ja, Nexus, obwohl ich da ja sagen muss, sie ist eine Domina, aber sie, sie hat keine, nicht wirklich Ahnung von dem, was sie tut, aber sie, sie wirkt, sie ist tätig als solche. Aber, äh, jetzt nicht, dass sie sich das irgendwie ausgesponnen und ausgedacht hat, sondern, äh, ja. Stimmt, aber man kann es vielleicht minimieren. Ja, na klar. Drogen legal zu machen ist auch ein Thema, um diese Szene eben zu minimieren und da kriegt man dann auch Drogen, die nicht überdosiert oder mit anderen Stoffen versetzt werden. Aber das sind viele Diskussionsthemen, die da mit drin hängen. Richtig, Schelle. Also wenn es um Drogenkriminalität geht, bin ich auch dafür, dass wir, Alkoholiker, viel Spaß, dass wir einen Weg fahren müssen, wie das in Portugal zum Beispiel ist, Drogen legalisieren oder entkriminalisieren, besser gesagt. Es muss jetzt nicht, ganz ehrlich, du musst nicht frei, äh, verfügbar in jeder scheiß Apotheke Heroin oder, oder, oder Fentanyl oder sonst was für jeden. Das ist, das ist falsch. Sondern wir müssen dann gleichzeitig auch eine Aufklärung fahren, dass die Leute, die, ähm, betroffen sind von Drogen, Hilfe kriegen und dass wir natürlich dafür sorgen, dass Leute nicht in die Abhängigkeit geraten. Aber wir scheitern doch schon bei Alkohol und Zigaretten daran. Alkohol und Zigaretten sind in unserer Gesellschaft so fest verankert, die haben einen festen Platz. Alkohol, Party, du musst einen trinken, zu Silvester musst du was trinken, du musst zum Geburtstag, musst du was trinken. Es ist, es ist ja von der Lobby auch schon so installiert, dass man, dass man solche Drogen, die sind akzeptiert, die darf man konsumieren. Alkohol hat teilweise genauso schlimme oder auch schlimmere Folgen als, als andere Drogen. Da wären wir wieder beim Thema, äh, Cannabis rauchen. Cannabis kann, ja, Psychosen und so weiter auslösen. Cannabis ist aber auch gleichzeitig ein, ein Naturheilmittel, das als solches genutzt werden kann. Natürlich kann zweckentfremdet werden, natürlich. Aber auch Tabak hat, äh, hat berauschende, äh, berauschende Auswirkungen und, und auch gewisse Heilwirkungen. Aber wer, wer von euch raucht denn eine Zigarette, weil Tabak, äh, eine berauschende und eine heilende Wirkung hat? Ihr raucht fast alle eure Zigaretten, weil ihr, weil ihr, weil der Körper wieder danach verlangt, nach dem Nikotin oder was auch immer. Also wenn eine Schachtel Zigaretten am Tag raucht, der, 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 da kann man nicht unbedingt von Genuss oder sonst was reden. Wenn sich einer einmal in der Woche ein Tütchen baut, weil ihm das, keine Ahnung, einen schönen Abend oder sowas macht, das ist was anderes. Äh, äh, äh. Genauso wie Alkohol. Du kannst jederzeit frei verfügbar, ab einem gewissen Alter darfst du einfach Alkohol kaufen. Alkohol, Zigaretten. Ich kann jetzt, kann jetzt rausgehen und mehr oder weniger vollkommen unreguliert mir, äh, unendlich viele Zigaretten und auch unendlich viel Alkohol kaufen. So viel wie mein Portemonnaie hergibt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Gras kaufen wollen würde, das geht gar nicht. Das ist verboten, weil es, weil es illegal ist, ja. Wieso ist Gras eigentlich verboten? Weil es eine illegal Droge ist, Punkt. Richtig. Und da ist eben der Fehler, dass wenn wir, wenn wir schon Leute haben, ähm, die, die in den Ministerien, im Bundestag und sonst wo sitzen und Entscheidungsträger sind und die sich hinstellen und sagen, ähm, ähm, Gras, Haschisch, Hanf, äh, sind illegal, äh, sind verboten, weil sie illegal sind. Das kann es nicht sein. Das kann es in Ernst sein oder so was. Warum, warum ist Alkohol nicht verboten? Es sterben jährlich so und so viele zig Tausende nur alleine durch den, durch den Genuss von Alkohol oder den Missbrauch seuchens. Dann, äh, noch die Statistik der Verkehrsopfer, Verkehrstoten, die, äh, ne, Alkohol, also unter Alkoholeinfluss, Autofahren und so weiter, was das für Folgen hat. Dann, wie viele Familien Alkohol zerstört hat. Da hängen ja dann auch viele Leben dran. Und dann machen wir das Ganze auch mal mit Zigaretten. Nur den gesundheitlichen Aspekt. Weiß nicht, die, die Rechnung geht dann irgendwo nicht auf, dass das eine in Ordnung ist und das andere nicht. Das kann es nicht sein. Ist ja kein Brokkoli. Richtig, Daddy. Das ist richtig. Genau dieses. Das kann es halt, das kann halt so nicht sein. Am Wochenende, wenn der Pegel geil ist, dann müssen es drei, vier sein. Tütchen? Ja gut, sollte man sich überlegen, ob, ob man, äh, ob generell viel rauchen, ob das nicht doch irgendwo, ne, unerwünschte Nebeneffekte haben könnte. 16-Jährige dürfen sich mit Bier ins Koma saufen, aber kein Gras zur Entspannung rauchen, weil es ja kein Brokkoli ist. Gut, mit Bier ins Koma saufen, da gehört schon ordentlich was dazu, Alter. Aber ja. Du meinst Alkohol, Alkohol mit Alkohol, weil du kannst du eine Bohle kannst du so mit 16 kaufen. Ja, rein theoretisch, ja. Aber sind wir mal ehrlich, ähm, gerade auch, weil Alkohol gesellschaftlich so sehr anerkannt ist. Für uns war es kein Problem, in Zinovitz in den Edeka zu spazieren, um mit einer Flasche Wotti wieder rauszukommen. Da war es dann halt der billige Yeltsin für, keine Ahnung, 3,50 Euro oder sowas. Oder an der Tanke. Ich wurde nicht ein einziges Mal in meinem Leben nach einem Ausweis gefragt beim Einkaufen. Nicht einmal. Spielsucht. Auch das ist Misanthrop. Aber mir ging es jetzt mehr auch um, gerade um das, was wirklich sehr akzeptiert ist. Also was, was gesellschaftlich schon sehr akzeptiert ist. Gerade Alkohol, finde ich, ist schon, da wirst du schon was dazu gezwungen, Alkohol zu konsumieren. Bei Zigaretten sind wir ja mittlerweile so, ne, dass wir, dass wir die Rauche so ein bisschen außen vor, obwohl das auch nicht unbedingt der richtige Weg ist. Spielsucht, das ist eher eine, nicht im Blickfeld der Leute drin. Aber Spielsucht ist natürlich auch ein Thema. Die meisten Menschen, äh, ne, ist immer die, die am meisten andere Menschen wie zum Beispiel Angehörige runterziehen und zum, äh, und die meisten kommen viel zu früh damit in Berührung. Viele Jugendliche treffen sich hobbymäßig in Spielhallen und kommen oft nicht mehr raus. Misanthrop, das liegt daran, weil Jugendliche heute nicht mehr in die Kneipe können. So doof das klingt. Aber wenn ich, wenn ich so Geschichten aus meiner Familie und auch aus so einem Umkreis, im Osten war es früher ganz normal, dass man sich ab einem gewissen Alter auch schon in der Kneipe getroffen hat. Das war vollkommen normal. Heute gehen die Leute nicht mehr einfach so in die Kneipe, weil es auch viel zu teuer ist. Aber gerade auch in jungen Jahren. Also was macht man? Wir haben uns übrigens früher auch dann im Shooters immer getroffen. Ist auch eine kleine Spielothek gleichzeitig. Da konnte man saufen, da konnte man spielen, was ich nicht gemacht habe, aber man konnte Billard spielen. Damals durfte noch geraucht werden, Alter. Du bist da reingekommen und du konntest die Luft schneiden. So dick war der Zigarettenrauch, Alter. Heute würde ich Lungenkrebs kriegen von einem Atemzuchter. Aber grundprinzipiell, es ist gerade auch für Jugendliche super einfach, an den Scheiß ranzukommen, Alkohol, Zigaretten. Ich finde das auch nicht mal unbedingt schlimm, dass man rankommt, aber der Umgang damit ist doch alles Saufen und mindestens einmal Kotzen, das gehört schon fast dazu. Wer das nicht macht, der hat sein Leben nicht richtig gelebt. So ist diese Einstellung dazu. Du musst saufen. Sonst bist du kein richtiger, sonst hast du gar keine geile Jugend gehabt. Und ja, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, auch in der Zeit, wo wir halt extrem viel gesoffen haben, das gehört ja dazu. Da hat man auch schöne Sachen erlebt, natürlich, aber auch genauso viel Müll. Hätte auch schön sein können, ohne. Und so wird dann letzten Endes bagatellisiert. Feiern kann ja keiner mehr, ist nur noch Druckbetankung, um sich fertig zu machen. Ja, eben. Störte BKR. Flasche Wotty auf, bum bum bum, rin in die Birne so. Scheiße einfach. Dabei gibt es so leckeren Alkohol, den man richtig schön genießen kann, ganz ohne es zu übertreiben und sich ins Koma zu befördern. Dafür habe ich meinen Absinth. Ein Gläschen reicht mir. Ich meine, Absinth ballert sowieso ganz schön. Oder so ein Eierlikörchen. So mal zwischendurch. So selten, wie ich Alkohol zu mir nehme, das ist das Wahnsinn. Wissen genießen, reicht. Ich habe per se nichts gegen Alkohol, auch nichts gegen Zigaretten. Oder gegen das Rauchen an sich. So Pfeife rauchen zum Beispiel. Aber Zigaretten, die Leute haben den Scheiß schachtelweise. Eine Schachtel am Tag, gleich den nächsten Stängel rin in den Maul. Guckt euch mal den alten Helmut Schmidt an, den Altkanzler, der er nun auch nicht mehr ist. Ziemlich vernünftiger Typ eigentlich gewesen, aber geraucht hat er wie eine, Digga, wie ein Fabrikschlot. Der eine Stängel ist noch nicht mal im Scheiß Aschenbecher gelandet, hat er der schon den nächsten angesteckt. Das ist auch der Einzige, der nach diesem ganzen Rauchverbot, was dann kam, der in allen Talkshows und egal wo der aufgetreten ist, der hat immer geraucht. Überall Rauchverbot für jeden Menschen, der da reinkommt. Egal, ob das der amerikanische Präsident oder sonst wer ist. Der Schmidt, der Helmut, da muss ich mir erst mal, und steckt sich einen Klimmstängel an. Das ist der Einzige, der das durfte. Zu dem passt er doch irgendwie. Der ist auch ganz schön alt geworden, dafür, dass er so gequatzt hat. War aber auch legendär, absolut. Und Menthol, eben. Er hat sich ja dann, hat er nicht sich sogar seine Zigaretten aus Amerika besorgt, weil sie hier in Deutschland die Mentholzigaretten verbunden hatten? Das ist also, ich kriege ja meine Mentholzigaretten hier nicht mehr, das ist doch scheiße. So einen Stellenwert musst du erst mal haben. Das ist natürlich auch wieder lustig, aber, ne, ich will trotzdem darauf hinweisen, dass gerade die ganze scheiße Schurre und so weiter, ne, diesen ganzen chemischen Kram und sowas, ne, klar, furchtbares Zeug. Aber wir haben hier keine, keine 50 Meter von mir oder, keine Ahnung, da und da und da kann man überall den Scheiß so freikaufen. Ist halt ein anderes Zeug, aber letzten Endes macht es dich genauso kaputt. Und da sagt keiner was. Dich fragt niemand, wenn du an der Kasse stehst und hast einen ganzen Einkaufswagen voller Wodka? Da quatscht dich keiner darauf an, du weißt schon, dass dich das umbringt, das Zeug. Nö. Und bei Zigaretten die lustigen Bildchen, ihr Raucher, er guckt doch gar nicht drauf. Dass da irgendein, Mensch, da faulen irgendeinem Vollidioten, der sich nicht richtig die Zähne putzen kann, faulen die Zähne aus. Ein schwarzer Lungenflügel? Ach mein Gott, der hat bestimmt als Minenarbeiter irgendwo in einer chinesischen Mine gearbeitet, so nach dem Motto. Ist doch gar kein Bezug da. Man schließt doch auf sich selber nicht, wenn man sowas sieht. Ich würde mal ganz kurz ruhigen gehen, was zum Frühstück machen. Jo, mach das. Den Kleiderdarm. Gute Straßen sind geteert. Ja eben, und solche Sprüche bagatellisieren das dann eben auch noch, ne? Die Leute, die selber konsumieren, die reden das auch noch schön. Und das ist auch noch akzeptiert. Aber dann dürfen wir keinen Unterschied machen zwischen den anderen Substanzen und diesem... Ich hab Leute kennengelernt, die am Alkohol verreckt sind. Mein Erzeuger unter anderem. Mit 48 ist er von uns gegangen. Hat er gut gemacht. Hat er gut geschafft. Ich find die Zigarette jetzt nicht so schlimm wie Heroin und genau das ist das Problem, Odins Kolben. Weißt du wirklich, wie Heroin funktioniert? Klar ist Heroin eine super starke Droge. Aber in dem Moment, wo wir... Ja, aber das ist doch nicht ganz so schlimm. Zigaretten sind aber überall frei verfügbar. Jederzeit. Niemand wird dich daran hindern, dass du dir 50 Zigaretten ins Maul stoffst und anzündest. Und gerade dieses massenhaft verfügbare von dieser Droge, das ist... das ist die beste Werbung gerade auch für junge Menschen. Ich rauche seit ich 13 bin. Jetzt 35 und habe beschlossen, wenn ich Lungenkrebs bekommen sollte, lasse ich das nicht behandeln. Wusste er, dass es passieren kann und wurde aufgeklärt gewarnt. Okay. Ich mein, nur weil du viel rauchst, heißt das nicht unbedingt, dass du zwangsläufig Lungenkrebs kriegst. Ja, also es gibt genug Leute, die alt werden, mit rauchen und viel Alkohol trinken. Genauso gibt es Leute, die super gesund leben oder einen super gesunden Lifestyle und die dann einfach eines Tages umfallen und dann hat die Pumpe halt ausgesetzt. Es ist doch... Der gesunde Menschenverstand, Odins Kolben, dir ist bewusst, dass Menschen, keine Ahnung, also dass Teenager sowas wie den gesunden Menschenverstand eher selten besitzen, zum Beispiel. Menschen sind formbar. Und sowas wie den gesunden Menschenverstand, oh je, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Ja. Sehr subjektiv. Meine Großtante hat nie geraucht und hatte Lungenkrebs. Eben, also es ist... Rauchen und Trinken sind natürlich Argumente, die, wenn man dann was feststellt oder sie begünstigen sowas, aber das heißt nicht, dass nur weil du rauchst, dass du zwangsläufig Lungenkrebs kriegst. Definitiv nicht. Als ich 20 war, durfte ich bei einem Freund, wir hatten seinen 18. Geburtstag gefeiert, einen wirklich elend Scotch trinken. Seit Varder hat zum Anstoßen die Flasche geöffnet und wir durften zusammen anstoßen, waren sechs Leute. Äh, war etwas, das ich danach nie wieder getrunken habe. Nicht, weil es nicht gut war, sondern weil ich für den Preis der Flasche von dem Scotch einen Mittelklassewagen kaufen kann. Ja, aber gut war er. Das hatten wir aber erst im Nachhinein erfahren. True. Hallo Sphinx, sie haben wunderschön. Aber ich finde das komisch, wenn man etwas Gefährliches macht wie Rauchen oder Bergsteigen und sich dann andere um die unter Umständen negativen Resultate kümmern müssen, wenn es schief geht. Ich finde es nur fair, wenn ich die Konsequenzen meines freien Handels selber trage. Du zahlst ja, das ist ja das nächste Lustige, du zahlst ja mit deiner, dadurch, dass du Zigaretten konsumierst, bezahlst ja auch unter anderem wieder die Krankenkassen und so weiter. Moin Staubi, einen wunderschönen guten Morgen, mein Bester. Hoffe, dir geht's gut. Du sagst, du lebst. Das ist schon mal, das ist schon mal ein positiver Punkt erst mal. Aber ich bin ein Stück weit bei dir, Ezekiel. Ist aber auch wieder schwierig. Also wo legt man jetzt fest? Keine Ahnung. Ich bin ja ein absoluter Nichtraucher und ich trinke super selten Alkohol. Und ich könnte mich jetzt hinstünden und sagen, aber ich zahle ja, ich zahle ja dann dafür, dass wenn der Ezekiel eines Tages Lungenkrebs kriegt, ich zahle dem seine Behandlung. Ja, aber genauso hast du meine Behandlung gezahlt, als ich so dämlich war, mir die Hand zu brechen. Also, ja, da geh ich schon ein Stück weit mit. Saufen für den Regenwald? Ja, Can, das fand ich, genau, diese Kronbacher-Werbung fand ich zum Beispiel damals irgendwie, fand ich ein bisschen pervers, so den Regenwald zu retten. Uli, unser Leben hat nur einen Sinn. Wir saufen jetzt nur noch Kronbacher und retten den Regenwald. Schlimm. Obwohl das vielleicht auch gar nicht so schlecht gedacht ist. Wenn man das jetzt mit Wodka macht oder mit Heroin-Spritzen für den Regenwald. Es wäre ja, auf lange Sicht wäre das ja schon, ne, jetzt scherzhaft gesagt, wäre das ja fast die Rettung des Planeten, wenn sich die Menschheit wirklich selber ausrottet. Und zwar schnell, ohne viel Dreck zu produzieren. Kapper. Ne, sowas, sowas ist halt wirklich... Grundsätzlich ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ich entscheide mich ja dafür, zu rauchen oder zu trinken. Und ich bin ja mittlerweile alt genug. Meine kleine Schwester, meiner kleinen Schwester sage ich trotzdem, dass es scheiße ist. Ist zwar ein bisschen Heuchelei, aber gut. Und wenn wir jetzt aber deinen Ansatz nehmen, der gehe ich natürlich voll mit. Ja, also ich sage ja selber, ihr seid mündige Bürger und ihr sollt selber entscheiden. Aber ich weiß halt, wie formbar Menschen sind. Wenn ich jetzt einen Ansatz nehme, du bist ja ein erwachsener Mensch, du kannst ja selber entscheiden. Ja, dann lass doch die Leute Heroin kaufen. Wo ist denn das Problem? Entscheidet doch jeder selber, ob er sich zu Tode spritzt oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Steuern finanzieren, keine Krankenversicherung. Es geht doch mal ein Teil Steuern an die... Da war irgendwas, Selenio. Das geht doch ins Gesundheitssystem, ein Teil von den Steuern. So haben sie es auf jeden Fall mal vor ein paar Jahren vermarktet. Mit meinem Kippenkonsum, den Sozialbeiträgen etc. habe ich ganz sicher nicht die komplette Therapie, Chemo, OPs, Bettplätze, Ambulante und stationäre Behandlung, Diagnostik etc. bezahlt, die das kosten würde. Da, keine Ahnung. Wenn man jedes Mal rechnen würde, wie viel man selber eingezahlt hat, wenn man mal was braucht, das System trägt sich ja noch irgendwie. Grundsätzlich soll jeder tun und lassen, was er will. Sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Deswegen halte ich von Verboten recht wenig. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass wir eine freiere Drogenpolitik haben müssen. Weil wir nur dadurch, dass wir Leute aufklären über die Folgen von Drogen, also wirklich aufklären und dass wir auch eine Arbeit leisten an den Leuten, die reingeraten sind in diese Schiene, solchen Leuten auch Hilfe anbieten und nicht einfach nur sagen, du, die sind einfach nicht da für uns, dann existiert das Problem nicht, dass wir dadurch so ein Problem eher in den Griff bekommen. Das Gesundheitssystem wird aber zum Forschen und Behandeln genutzt. Krankenversicherung selbst erhalten, nur den gesetzlichen Verhältnissen. Okay, ja. Da gab es mal eine geile Aktion, die nannte sich Fuck for Forest. Da konnten Amateurdarsteller eigene Filme auf einer Website hochladen und sämtliche Erlös, den die Seite abgeworfen hat, kam für den Erhalt von Wäldern zugute. Eigentlich eine geile Aktion. Obwohl es dazu, muss man sagen, wenn es um sowas geht, da wird auch sehr viel Bullshit gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit Logan Paul und Co. Werbung gemacht hätten für 20 Millionen Bäume pflanzen oder sowas? Da hat man doch Spenden gesammelt auf irgendeiner Plattform. War das nicht sogar Google und Co.? Da hat Thunderfurt auch ein schönes Video gemacht und hat das mal ausgerechnet. Letzten Endes ist nur den Wald aufforsten nicht unbedingt die beste Rettung für das Klima, weil alle diese Bäume, die jetzt gepflanzt werden, die sterben auch wieder eines Tages. Da gibt es dann auch wieder Treibhausgase etc. Ob das Video schon zu Ende ist? Nee, aber bei Ida ist gerade unterwegs. Ida jagt sich gerade was zu essen in der Küche. Seit wann kriege ich eigentlich hier wieder Geräusche, Alter? So. Ich finde einfach, dass jeder Mensch die Konsequenzen seines Handelns selber tragen soll. Du hast verstanden, was du machst und was die Risiken sind. Machst es dennoch. Okay, wenn es schief geht, Pech gehabt. Ja, ein Teil gehe ich damit. Ja, ein Teil gehe ich mit. Ich gehe damit, wenn ich zum Beispiel solche Aussagen treffe, wie neulich, wo wir das Thema Fußball hatten, wo ich sage, du, von mir aus, sollen sich die Hooligans treffen und gegenseitig komplett die Schädel eintreten. Ist mir scheißegal. Aber ich will von meinem Geld, das ich bezahle, möchte ich nicht, dass irgendeinem die Kauleiste gerichtet wird, der absichtlich am Wochenende sich gegenseitig mit anderen Leuten die Fresse polieren möchte. Sehe ich nicht ein. Weil das ist wirklich mutwillig absichtlich. Sowas, was mir passiert ist mit meiner Hand, dass ich mal gegen eine Türzeige geschlagen habe, das war in dem Moment aber das Beste, was ich hätte machen können. War zwar, ist doof, ist dumm, aber in dem Moment ging halt nichts anderes. Das habe ich mir echt nicht ausgesucht. Ich bin da sehr tolerant. Ich würde auch niemanden verurteilen, der sich Hero spritzt, um sich besser zu fühlen oder sonst was. Das sowieso nicht. Also ich würde nicht sagen, boah, du bist ein schlechter Mensch deswegen. Absolut nicht. Ich würde aber eher dann schauen, brauchst du Hilfe? Wenn du Hilfe brauchst, dann lass es, komm, dann lass mir dir welche zukommen. Die davon weg wollen. Im Endeffekt hat sich jeder Süchtige selbst dazu entschieden zu konsumieren. Die dazu Gezwungenen wurden mal ausgenommen. Ja, Odins Kolben, obwohl die, obwohl ich da auch dann wieder eine Abstufung natürlich machen muss, die sich selbst dazu entscheiden zu konsumieren, ist immer auch nochmal, ist natürlich auch nochmal eine schwierige Situation. Wenn du in einer psychisch extrem belastenden Situation bist, dann kann es einfach sein, dass solche Dinge, die ein vermutlicher oder ein vermeintlicher Ausweg sind oder einfach nur diese Flucht vor etwas, das ist, natürlich ist das eine Schwäche und natürlich muss man das angehen, aber du hilfst nicht, wenn du sagst, ja, hast du verkackt, ne? Das weiß derjenige selber. Also es gibt schon Situationen, wie man schon durch eigenes Verschulden reinrutschen kann, aber letzten Endes eine gewisse Verantwortung vielleicht in dem Fall gar nicht tragen konnte. Dafür gibt es einfach zu viele Momente in unserem Leben, die uns stark beeinflussen können. Also ja, wir sind da schon alle auf einem Niveau irgendwo. Natürlich hat jeder seine eigene Ausrichtung zu solchen Themen. Deshalb bin ich auch dafür, sämtliche Drogen einfach zu legalisieren und gleichzeitig aufzuklären. Letztendlich ist das ein Win-Win. Der Konsument kriegt ziemlich safe und saubere Drogen, ja, das zum Beispiel, das ganze Punchen auf der Straße ist viel schädlicher für die Konsumenten, true. Und gleichzeitig kriegt der Staat Steuereinnahmen und die ganzen Händler von der Straße, ist halt meine Meinung. Holland zum Beispiel zeigt bei Gras das Beispiel, es rauchen viel weniger Leute das Gras dort. Ja, gleichzeitig ist aber auch der freiere Drogenkonsum in Holland natürlich wieder, solange das nur in Holland der Fall ist, ist wieder ein Argument, das ist ein Wirtschaftsfaktor auch für die Niederlande oder Holland. Ja, aber wenn Christian F. sich hiero ballert, um das Leben als Kinder, nee, Christina wahrscheinlich, als Kinderprostituier zu ertragen, ist das nur bedingt ihre eigene Entscheidung. Davon rede ich ja nicht. Davon rede ich auch nicht. Das ist ja dann in meinen Augen schon wieder ein Zwang. Ich rede jetzt, keine Ahnung, von jemandem wie mir, der sich eine Selbstständigkeit aufbaut, absolut scheitert damit und ab einem gewissen Punkt in seiner Angst, Frustration, einfach gar nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiter sieht und dann durch, warum auch immer irgendwelche gearteten Umstände dazu kommt, auch dem Alkoholismus zum Beispiel zu verfahren, einfach nur um das Vergessens wegen einfach mal das Saufen anfängt so und dann kommt diese Sucht langsam angeschlichen. Das ist ja nicht vom ersten Moment an und man merkt das ja nicht gleich, dass man süchtig ist. Viele Süchtige sagen, sie sind nicht süchtig. Das haben die meisten so. Wir haben noch nicht sehr viel weiter geschaut, Alkoholiker. Der Baida ist noch, sich was zu essen jagen. Ich bin selber so ein Kandidat für so eine Scheiße. PTBS, Depressionen, etc. Ja, ich greife dann auch mal zur Flasche. Es ist falsch, aber für den Moment hilft es ein wenig. Deswegen verstehe ich die Menschen, die zu den härteren Dingen greifen. Ja, also der Weg ist dann auch nicht mehr so weit. Christiane F. Ich verstehe nur nicht, warum man davon ein Remake brauchte. Der Film hat mich damals in der Schule hart verschickt. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Das Einzige, was ich mir natürlich wieder ins Gedächtnis rufen kann, ist, dass gerade so ein Film auch letzten Endes nur eine Momentaufnahme einer einzelnen Person ist. Das Problem ist aber viel größer als nur einer. Diese Drogenproblematik, Kriminalität, Gefängnisse, etc. pp. Das betrifft Tausende. Tausende. Ich muss mir die Kamente nehmen, denn ich habe ADHS oder ADS. Okay. Mit Depressionen kenne ich mich ja persönlich auch sehr gut aus. So, und dennoch habe ich bis jetzt immer ganz gut vermeiden können, bei irgendwelchen Dingen schwach zu werden. Außer eben die Phase, keine Ahnung, als Jugendlicher, dass man halt sehr viel Alkohol getrunken hat. Aber da bin ich eigenständig rausgekommen. Relativ dann auch schnell gemerkt, nach ein, zwei Jahren so, oh, warte mal. Na, na, willst du nicht. Fertig. Ich habe mal gehört, Suchtpotenzial soll in den Genen liegen, wie leicht oder schwer man süchtig oder abhängig sein kann beziehungsweise werden kann. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Obwohl ich da auch die Gene letzten Endes, wenn du in einer Familie bist, in der viel getrunken wird, das kriegst du als Wertesystem vermittelt, dass Saufen halt dazugehört. Saufen, Rauchen, was auch immer. Also spielt auch die Erziehung eine gewisse Rolle und vieles spielt eine Rolle. Also die Einflüsse sind extrem vielfältig. Therapie und Freunde haben mir mehr geholfen als die Flasche und deswegen ist es auch sehr selten geworden. Das ist zum Beispiel darum sehr gut, Odins Kolben. Und genau das ist der Punkt, wo ich ja dann gerne hin möchte, wenn es um Legalisierung von Drogen geht. Dass wir den Leuten, die in eine gewisse Abhängigkeit gekommen sind, dass wir diesen Leuten auch ein soziales Umfeld bieten können in jedweder Form, die sie benötigen, um besser klarzukommen. Auch wenn es um Depressionen geht. Ich will, dass man Depressionen eines Tages mal besser versteht und dass man depressiven Menschen auch helfen kann. Ich habe das letztens erst gehabt, dass dann jemand von sich gibt. Aber du hast doch alles. Du hast eine Frau, die dich liebt. Du lebst am schönsten Ort der Welt für dich. Du machst gerade deinen Traum zum Beruf, dies, das, jenes. Warum hast du Depressionen? Da kann ich dann nur milde Lächeln. Dann hast du nicht verstanden, was Depressionen sind. Das ist mir alles bewusst. Dem Depressiven, der kann das geilste Leben haben. Ey, Chester Bennington hatte Depressionen, hat sich weggeräumt. Der hatte doch auch alles, oder? Was heult der rum? Der hat doch alles. Der ist erfolgreicher Musiker. Der verdient Millionen mit der Musik, die er macht. Der macht das, was andere Leute sich träumen. Wieso bringt er sich um? Der hat eine schöne Familie, der hat eine tolle Frau. Der hat das perfekte Leben. Will ich auch haben. Wieso macht er sich weg? Was für eine Pussy so. So wirkt das nicht. So funktioniert das aber nicht. In einem Depressiven kannst du nicht ankommen damit, ja, aber ist doch alles schön. Nein. Eben nicht. Es kann alles schön sein und trotzdem alles scheiße sein. Depression ist halt nicht so. Dass sie sagt, oh, hat aber recht. Hat recht, ist alles gut. Ich bin dann mal weg, sagt die Depression. Nö. Die ist immer da. Die sitzt im Rückgrat so. Ein besserer Umgang, mehr Hilfsangebote und größere Akzeptanz von psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen könnte auch eine Hilfe sein. Ja. Ja. Aber da, sobald wir dann mit psychischen Erkrankungen anfangen, geht es dann halt auch immer sehr, sehr schnell in die emotionale Schiene. Das habe ich ja gesehen bei unserem Video über Pädophilie, dass eigentlich jeder, der neu reihe kam, Pädophile gleich weg, machen den Dreck. Wo ich dann sage, kann ich nachvollziehen, weil dich das sehr hart trifft, weil Kinder schützenswert sind. Aber, nicht jeder, der das hat, ist auch gleichzeitig ein Straftäter. So. Das ist auch eine Krankheit. Es geht immer ums Verständnis und wie viel Verständnis man aufbringen möchte. Hi. Hey. Hallo. Hallo. Was ist jetzt ein ASMR? Hast du gemerkt? Da kamen sogar kleine Stückchen mit raus. Oh Gott. Mom, Schüssel. 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 Das ist meine Lieblingsszene. Da habe ich immer die Hose offen. So was? Ich bin selber durch Depressionen und PTBS und auch extrem stark ins Kiffen reingekommen und erst nach circa zwei bis zweieinhalb Jahren rausgekommen, weil man irgendwo die Zuflucht sucht. Ja. Ich bin der Meinung, dass Depressionen in der Gesellschaft immer noch nicht richtig wahrgenommen werden und die Leute das zu wenig einsehen, sich Hilfe zu holen. Einmal das. Ja. Schon. Es kommt immer darauf an, wie auch der Betroffene mit Depressionen umgeht. Weil dann, sonst müsste ich mich ja selber rügen, dass ich mir keine psychologische Hilfe hole oder sonst was. Aber allgemein, der Umgang, nicht nur von den Betroffenen, sondern von denen, die im Umkreis der Betroffenen sich befinden mit Depressionen. Weil Depression bedeutet nicht, heute ist einfach mal alles doof oder so oder heute habe ich mal schlechte Laune. Du kannst den schönsten Tag deines Lebens haben. Du kannst lachen und du kannst gleichzeitig Minderwertigkeitskomplexe haben, Minderwertigkeitsgefühle. Du kannst gleichzeitig den Gedanken haben, was kann ich alles innerhalb von Sekunden verlieren. Das ist vielleicht auch alles nicht wirklich wahr oder das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Ich weiß, dass ich jetzt glücklich bin und ich sehe einfach alle anderen, die gerade lachen und die einfach für mich dann in dem Moment vielleicht sogar naiv sind, weil die freuen sich, die lachen und tanzen. Und du denkst dann so in dem Moment, morgen ist das alles nicht mehr. Depressionen sind komisch. Aber manche Leute denken halt so wirklich in diesen Mustern schwarz-weiß, leider eben das, was wir, als wir das Thema schon mal hatten, dass das auch immer so beschrieben wird, die Leute sind in einem dunklen Tunnel und in einem abgedunkelten Raum. Nicht jeder empfindet das so. Nicht für jeden Depressiven ist es so, der steht frühs auf, oh, heute habe ich irgendwie schlechte Laune. Depression ist nicht, dass ich schlechte Laune habe. Das ist Quatsch. Das ist nicht so schwarz-weiß und einfach gesagt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig für Leute, die das zu verstehen. Ich gehe ja teilweise sogar so weit zu sagen, dass Depressionen sogar teilweise ein Geschenk sind, das man von Geburt an hat. Weil diese Depression, du kannst dich entscheiden, wenn du merkst, dass sie dich überfällt. Okay, ich gebe mich dem jetzt hin und bin das Opfer oder ich sage, äh, ähm, ja, oder ich sage, ich gehe dagegen vor oder keine Ahnung, in den Momenten, wo ich dann merke, das überfällt mich, ich lasse das jetzt zu, diese ganzen, dass diese ganzen Gedanken mir mein komplettes Leben zerstören oder ich komme genau in dem Moment in die Bewegung und lasse mich von dem Scheiß antreiben. Es kann auch ein Motor sein. Man kann daraus auch irgendwo Kraft ziehen. Aus einem Moment, der einem Kraft zieht, kann man wieder neue Kraft bilden. Das ist unendlich schwer, dann irgendwie in die, in die, wieder in die Spur zu kommen. Das ist unendlich viel Kraft, sich aufzuraffen. Aber wenn du das tust, dann kämpfst du gegen ein Problem an. Das ist, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das ist wie jemand, der, der im Treibsand hängt und sich entweder dafür entscheidet, ja, dann bin ich jetzt halt hier drinnen und lass mich langsam verschlucken von dem Scheiß oder ich fange jetzt ganz vorsichtig an, mich vorzuarbeiten. Natürlich geht es dann auch immer noch ein bisschen tiefer rein in die Scheiße, aber ich suche einen Ausweg. Heißt nicht, dass man das besiegen kann? Das ist immer ein Teil von einem. Also man kommt aus diesem Treibsand nie richtig raus. Aber man kann sich, keine Ahnung, oder man kommt in die nächste Treibsandgrube, wie auch immer. Aber man kommt wenigstens voran. Man macht was. Das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Und jemand, der das nicht schafft, der aufgibt oder sowas, da, so wie, so wie Chester Bennington zum Beispiel, das ist auch nicht, dass man, ja, der hat einfach aufgegeben, der hat es nicht geschafft, Schwächling oder sowas. Nein. Einfach nein. Der hat es einfach nicht geschafft. Das kann nicht jeder schaffen. Das ist unmöglich. Dafür ist das einfach zu stark. Und es kommt immer auf die Umstände drauf an. Boah, dieses Thema rund um Pädophilie nervt mich mega. Warum kann man das nicht als Neigung ansehen, wie andere Orientierungen auch? Ich meine, wir hatten schon mal, dass Menschen für sexuelle Neigung verfolgt und bestraft wurden. Das haben wir immer noch, mein Bester. Eine Neigung macht mich nicht zum Täter. Man sollte halt vorher den Menschen helfen und eben nicht zum Täter, äh, nicht zum Triebtäter zu werden. Ja, richtig. Ich habe meinen Sohn in einer suizidalen Phase bekommen. Dieses wundervolle Wesen das erste Mal angesehen und wollte innerlich sterben, obwohl es ein schöner Moment war. Ja, eben. Du, du kannst den schönsten Moment deines Lebens haben, wenn du in der, in der depressiven Phase bist. Dieser schöne Moment, der ist der schönste Moment, aber gleichzeitig hast du ganz andere Sachen, die da abgehen. Ganz andere Prozesse. Moin Kuhmann, einen wunderschönen guten Morgen. Das Schwierigste ist an Depression und PTBS. Man kommt extrem schwer mal wieder raus und ist von jetzt auf gleich wieder drinne und, äh, Suizidgedanken, et cetera, werden dann immer extrem und man verliert oftmals die Kraft, wieder von neuem zu starten. Äh, wir hatten hier schon mal, ich weiß nicht, ob der Schleswig gerade da ist, äh, falls jemand das von euch braucht, wir hatten schon mal ein paar Mal im Chat die, die Hotlines gepostet für, Beratungsgespräche. Da könnt ihr anrufen. Also, ähm, wir können hier auf Twitch, natürlich auch aufgrund der TOS, können wir das Ganze nicht komplett in der Tiefe behandeln, das Thema. Definitiv nicht. Wenn ihr, äh, euch mit irgendwelchen Gedanken tragt, dann googelt von mir aus auch gerne selber, ruft an. Nicht hier im Chat äußern. Ruft an. Holt euch Hilfe. Der Moment, wo ihr der Meinung seid, ihr müsst euch bei mir Hilfe holen zu dem Thema. Nein, macht's nicht. Geht zu ausgebildeten Psychologen. Holt euch Hilfe. Definitiv. Muss aber auch jeder von euch selber für sich festlegen, ne? Also, ich hab das auch schon ein paar Mal gesagt. Ich hab meinen Weg damit umzugehen und ich empfehle niemandem, das so genau so zu machen, weil ich weiß nur, wie ich funktioniere. Und jeder muss das auch für sich selber wissen. Schumasaro, danke für deinen Resub mit Twitch Prime im sechsten Monat. Mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage. Kistchen. Wie geht's dir, mein Bester? Haut noch ein bisschen Liebe raus für Schumasaro. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Sechs Monate schon, Mann. Kistchen. Also, orientiert euch nicht unbedingt nur an anderen. Hört an euch selber rein. Und wenn ihr merkt, in dem Moment, wo ihr zum Beispiel anfangen wollen würdet, meine Art und Weise damit umzugehen, kopieren zu wollen, holt euch Hilfe. Weil dann braucht ihr Hilfe. Wenn ihr nicht einen eigenen Weg findet, holt euch Hilfe. Definitiv. Lieber so als anders. Definitiv. Ich hatte mal eine stark depressive Freundin, die konnte nicht mehr, wenn sie mal ehrlich mit mir geredet hat. Dass sie nicht mehr kann, wenn sie, sie hat sich danach dafür entschuldigt, dass sie so denkt. Und ich denke mir nur, nein, du musst dich nicht dafür entschuldigen. Das ist nun mal die Wahrheit und auch wenn sie sehr wehtut, das ist real und solange du trotzdem weiterkämpfst, ist alles gut. Von allen anderen wurde sie immer fertig gemacht für die Aussage, für mich unverständlich. Im Aurora, das ist dieses, der Mangel an Verständnis, den Leute dafür haben. Gerade weil dann eben so Argumente kommen. Ja, du hast doch nur schlechte Laune, aber dir geht's doch gut. Das hat mit schlechter Laune nichts zu tun. Die Leute verstehen nicht, wie sowas ist und das ist eigentlich, freut's mich, dass Leute das nicht verstehen, weil es ihnen nicht so geht. Das ist gut. Andererseits fehlt dann halt das Feingefühl, dass Leute damit umgehen können. Sagen wir's mal so. Weil so ein Argument, komm niemals einem Depressiven mit dem Argument, wieso dein Leben ist doch toll, es ist alles gut. Nein! Das ist Bullshit, Alter. Das zählt nicht. So schön das ist, das funktioniert einfach nicht. So läuft das einfach nicht. Man kann sich das nicht einfach schön malen. Dazu gehört viel mehr. Viel mehr Kraftaufwand. Nie aufgeben. Nicht als unbesiegbar sehen, sondern als Herausforderung. Immer wieder in den Arsch treten und reden. Immer reden. Und am besten Freunde, Familie, Therapeuten. Das hilft wirklich. Ja, macht's. Stark schizophren veranlagt. Das ist natürlich ein scheiß Kombi. War schwierig mit ihr, aber ich war gerne für sie da. Mittlerweile geht's ihr wesentlich besser. Das ist gut. So, wir gucken uns jetzt noch den Rest an, weil bei Ida endlich sich was zu essen besorgt hat. Von Mr. Steifnippel, der Darknippel. Ich dachte, wir wären zu Ende. Na, wir haben hier noch, keine Ahnung, anderthalb Sekunden, haben wir noch Zeit mit ihm. Eine Minute haben wir noch, genau. Also, rein da jetzt, Yalla. Yalla, Yalla. Also, How to Sell Drugs Online Fast habe ich keine einzige Folge gesehen. Ich weiß, dass die Serie existiert. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich auf Shiny Flakes basiert. Ich habe mir den Trailer angeschaut und ich habe gleich gesehen, Jungs, ganz ehrlich, also, eine Darknet-Serie, die darf nicht von irgendwie einer Highschool-Romantic-Comedy leben. Das ist ein Thriller. Das ist, da muss irgendwas, ein Drama rauskommen, a la Breaking Bad. Der Bulle möchte von dir wissen. Würdest du etwas an deiner Vergangenheit ändern? Ich würde absolut nichts ändern, weil ich wäre nicht dort, wo ich heute bin. Und ich bin ein ausgeglichener, selbstreflexierter Mann und vermisse gar nichts. Und erst recht nicht das Geld. Was gibt es denn außerdem zu ändern? Sagen wir mal ehrlich. So, ist halt, ja, er hat ein paar Fehler gemacht in seinem Leben, aber ganz ehrlich, wer von euch hat keine Fehler in seinem Leben begangen. Wer sagt, er, also wer hier den Arm hochreißt, nee, jeder hat Fehler in seinem Leben gemacht und wir alle haben Sachen, wo wir sagen, boah, das war nicht so geil oder das war semi-optimal oder wie auch immer. Jeder hat Fehler in seinem Leben begangen. Ein paar Sachen gemacht, die nicht schön waren oder wie auch immer. Es ist unmöglich, durchs Leben zu kommen, ohne Fehler zu begehen. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin ohne Fehler und eine perfekte Schöpfung. Da ist noch ein Kapper dahinter. Von Schlägen. So ist es richtig. So, der Kuhmann schrieb jetzt noch, das ganze Thema ist so dermaßen komplex. Frühkindliche Schemata, dein Umfeld und der Umgang mit dem eigenen Ich sind dabei sehr wichtig. Hat es vorhin schon mal gesagt, über negative Emotionen sollte man eventuell dankbar sein. Den Schmerzen kann man sich bewusst, den Schmerzen kann man sich bewusst stellen und sie dadurch verarbeiten. Stell dir vor, du trägst die Scheiße unterbewusst mit dir rum und hast dadurch gar keine Chance, damit fertig zu werden. Ich persönlich sehe das, was, keine Ahnung, meine Depressionen sehe ich teilweise als Geschenk, weil ich aufgrund meiner Depressionen auch heute hier bin und streame. Ich bin nur deswegen Streamer geworden. Das ist für mich ein unbestreitbarer Fakt. Das, was ich mache, mache ich auch nur deswegen. Wegen meiner ganzen Erfahrung und der ganzen Scheiße, die ich in meinem Leben auch teilweise durch hatte. Ich habe ein schönes Leben auf jeden Fall, auch schon gehabt, aber es sind halt auch Sachen dabei, die, keine Ahnung, hätte ich vielleicht auch gerne darauf verzichtet irgendwo, aber jetzt gerade in diesem Moment, wo ich mir dann sage, nee, aber letzten Endes hat mich das zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich bin auch deswegen da, wo ich jetzt bin. Ich bin nicht krass erfolgreich, ich bin nicht super groß, ich verdiene keine Millionen, auch auch nicht. Aber, äh, das, äh, mein Umgang mit dem, was ich habe, befähigt mich ja auch dazu, so zu sein, wie ich bin. Dadurch habe ich Menschen wie bei ihr auch kennengelernt oder eben den Nexus oder, äh, oder jetzt seit gestern auch den Daddy, den Little Dark dazu oder auch den Schnee. Und ich finde es, ich finde es sehr faszinierend, dass schon recht frühzeitig sich gerade bei mir im Stream, äh, Leute eingefunden haben, die Depressionen haben. Das war nie ein Thema, bis ich das eines Tages angesprochen habe und auf einmal aus allen Richtungen aus dem Chat kam, ja, habe ich auch, kenne ich auch, ja, ja, Berührungspunkte, mhm, aha. So, wo ich mir so dachte, alles klar. oder wenn es auch um, um, äh, gewisse sexuelle Neigungen geht, das hat man ja auch schon teilweise mitgekriegt im Chat, dass man so sich denkt, das war nie ein Thema und trotzdem haben sich die Leute hier eingefunden, die dieselben Kings haben, so teilweise, was echt lustig ist. Das ist sehr, sehr lustig. Viel Spaß beim Brotbacken, Little Dark. So, also, äh, bedeutet für mich letzten Endes dadurch, dass ich, ähm, so wie ich mit meiner, mit meinen Depressionen umgehe, äh, würde ich sagen, ist für mich der beste Weg, den ich bis jetzt gewählt habe, äh, weil das auch unter anderem, äh, dazu führt, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe. Manchmal stehe ich nicht um 5 Uhr auf, weil ich es manchmal einfach nicht gebacken kriege, warum auch immer. Aber das ist der Grund, warum ich das hier mache, warum ich seit jetzt dann zwei Jahren, äh, das Streaming so mache, wie ich es mache. Ich finde es gut. Und wenn ich dann eines Tages ein paar weniger Sorgen habe, also finanzieller Natur, dann, äh, dann werde ich bestimmt auch da sitzen, rückblicken und werde sagen, ja, hast du richtig gemacht, du Kek. Ist doch geil. Ich hätte auch sehr starke negative Phasen, aber ich weiß nicht, ob man, äh, davon depressiven Phasen reden kann. Das musst du, das kann ich natürlich für dich nicht einschätzen, wie das ist. Ich finde es eher so, dass man, ähm, wenn man, wenn man den, den, den richtigen Weg für sich findet, damit umzugehen, dann kann man auch aus solchen Phasen wieder Kreativität und Kraft schöpfen. Irgendwo. Wieder nicht nach diesem Motto, äh, so nach dem Motto, was sich nicht umbringt, macht dich härter. Irgendwo, ja. Weil du dann sagst, ey, gestrampelt, hab's überwunden. Weiter. Kommt zum Nächsten. Ich glaube, viele im Chat verwechseln schlechte Gedanken mit Depressionen. Äh, nee. Eben nicht Nikolaus. Aber das Problem gibt's sehr häufig, ja, eben, das ist das Thema. Und wenn du auf halber Strecke auf, äh, aufgibst, ist nicht mehr, nichts mehr zu retten. Und leider kostet es auch gerne mehr, als man vielleicht bereit ist, zahlen zu wollen. In meinem Fall hat's mir geholfen. Eben alles, was über, blieb und von früher, sind gelegentliche, depressiven Schübe, aber mit dem komm ich soweit klar. Man findet ein, ein Workaround, ein Workaround, damit klarzukommen. Sowieso, Kuhmann. Also Tipps finde ich sowieso schwierig. Deswegen, äh, also meine, meine Tipps, holt euch Hilfe. Das ist das Einzige. Damit, ganz ehrlich, was ich damit mache, in dem Moment gebe ich meine Verantwortung ab, euch gegenüber, weil ich, weil ich, was das betrifft, keine Verantwortung für eure Gesundheit übernehmen will. Und kann. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Holt euch Hilfe. Sprecht. Sprecht mit Leuten. Vor allem auch mit Leuten, die eine Ausbildung haben, die vielleicht besser eure, eure Triggerpunkte bedienen können und euch mehr Hilfe anbieten können. Ich kann's nicht. Definitiv nicht. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Deswegen, Charlie hat vorhin die Nummer reingepostet. Wer, wer das Bedürfnis hat, Handy in die Hand nehmen. Er wird das Bedürfnisễn. Alleinverstöten. Er weint. Er ist ein wichtig metro,